Hallo, ich glaube ja, dass jetzt, also allerspätestens jetzt, die Zeit für Working Out Loud und LernOS gekommen ist. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die mein wachsendes Netzwerk dank Working Out Loud und LernOS mir bietet, die Energie und die Möglichkeiten zum Austausch, wie andere mit der aktuellen Situation umgehen. Und auch wenn die Entfaltungs- und Bewegungsfreiheit im Moment eingeschränkt ist, durch die regelmäßigen Treffen mit euren Working Out Loud-Circle-Mitgliedern erhaltet ihr die Möglichkeit, Wissen da draußen zu finden, zu teilen und zu reflektieren, gemeinsam. Wo wir bei der Regelmäßigkeit wären. Ich glaube, eine ritualisierte Form von gemeinsamen Treffen und Miteinanderarbeiten ist gerade jetzt, wo wir alle im Homeoffice sitzen, ganz, ganz wichtig. Working Out Loud und LernOS schafft dafür die notwendige Struktur. Ja, und wenn die Kaffeeküche fehlt, wo holen wir uns Feedback zu unserer Arbeit, die wichtigen Gedanken, die unsere Arbeit wirklich weiterbringen. Euer Circle ist dafür eine wunderbare Gelegenheit, euch gegenseitig die neuen Ideen zu bringen. Thema digitale Kommunikation. Wo lernen wir das oder wo haben wir das in der Vergangenheit schon gelernt, wenn nicht bei Working Out Loud und LernOS. Wenn ihr euch einmal pro Woche digital zusammenschließt über Video, über Videochat, über Kollaborationstools, dann lernt ihr hier einerseits die notwendige Haltung, dann die konkreten Verhaltensweisen und auch, welches Tool funktioniert, welches Tool man für was einsetzt und was einfach gut funktioniert. Ich freue mich auf Working Out Loud mit euch, liebe Kolleginnen, bei euch und vielleicht auch mit euch, liebes Netzwerk. Danke, bleibt neugierig.